Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem dritten Briefumschlag-Mini-Album, glaube ich. Ja, ich habe mich heute mal mit meiner Cinch auseinandergesetzt. Dieses Mal betone ich die Cinch, weil ich diese Cinch wirklich verwendet habe. Das müsst ihr aber nicht. Das kann ich auch nicht erklären, davon mal abgesehen. Ja, und das, was ich da jetzt gerade schon hingelegt habe, das brauchen wir. Einmal einen DIN A5 Briefumschlag und einen DIN A Lang Briefumschlag. Natürlich brauchen wir auch Designpapier, um unsere Seiten zu bekleben, eine Schere, ein Falzbein, eine Linealkleber, alles, was man halt sonst noch so braucht. Und dann fangen wir auch schon an, und zwar mit der Falzarbeit. Was ich vielleicht betonen sollte, ist, dass wir von jedem Briefumschlag jeweils fünf Stück brauchen. Und anfangen tue ich mit der Falzerei mit dem DIN A5 Briefumschlag und falze auf der linken Seite einen Inch. Und dann haben wir ja da diese Knickfalte. Und das schiebe ich mir so ein bisschen nach vorne, damit ich da einen, ähm, was ist das, einen Achtel Inch falzen kann. Einfach, dass, wenn ich das später zuklappe, dass ich, wenn ich das Ganze auch mit Fotos fülle und so, ein klein wenig Platz habe. Ähm, ja, dann ziehe ich das Ganze nochmal mit meinem Falzbein nach. Also ich, äh, knicke das nach und falze das nochmal mit meinem Falzbein nach. Äh, ja, jetzt habe ich, bin ich auf die super schlaue Idee gekommen, das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, indem ich da oben so ein weißes Papier reinstopfe. Äh, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr so, warum ich das gemacht habe, weil man das eigentlich doch ganz gut erkennen kann. Aber wenn ich so vor meinem Briefumschlag sitze, dann sieht das irgendwie alles nur noch grün aus. Was ich hier mache, ist mir den Briefumschlag nochmal so ein bisschen glatt drücken mit meinem Falzbein. Einfach, weil, ähm, wenn man das falzt und knickt, dann verzieht sich das bei mir irgendwie immer gerne. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, aber es passiert halt und deswegen mache ich das. Joa. So, also ich klappe da unten diesen einen innen, den ich, äh, boah, ich bin aber auch heute ein bisschen hinterher, ne? Ähm, den einen innen klappe ich nach oben und diese, diese, dieses Dreieck klappe ich auf die andere Seite. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. So, und, ähm, bevor, also einfach nur, damit ich diese gefalzte Einachtellinie so ein bisschen nachknicke, ne? So, und dann schnibbel ich mir dieses Dreieck ein bisschen kürzer und zwar lege ich mein Lineal da an, wo das Ganze anfängt ein Dreieck zu werden, denn das Dreieck ist einfach so nicht nötig. Ja, wir brauchen eigentlich nur diese kleine Klebefläche und das reicht vollkommen aus. Deswegen schere in die Hand und einmal abschnibbeln. Als nächstes müssen wir diese Ränder so präparieren und hierfür nehme ich mir mein Lineal zur Hand, halte einmal, geschmeide ich meinen Gipsribbel ins Bild und male dann von der oberen, ja, Kante quasi nach unten, zeichne ich mir einen halben Inch an und verbinde das mit einer Linie auf die gegenüberliegende Seite, also quasi so. Und dann nehme ich mir eine Schere und schnibbel das Ganze einmal ab. Wenn wir das gemacht haben, können wir uns auch schon unseren DIN-A-Langbrief-Umschlag zur Hand nehmen und hier ist es eigentlich total easy peasy, denn wir schneiden einfach dieses, ja wie nennt man das denn da, dieses Dreieck-Züppelchen, das schneiden wir einfach ab. Und dann müssen wir das gleiche Prozedere machen wie bei unserem langen Briefumschlag und zwar kürzen wir uns hier diese Ecken-Seiten-Dinger da nochmal an. Das erkläre ich aber jetzt nicht, weil habe ich keinen Bock und das habe ich auch gerade schon erklärt und überhaupt, ihr wisst gar nicht, wie oft ich dieses Video bzw. die einzelnen Sequenzen besprochen habe, damit man das auch nur ansatzweise versteht. Ja, das ist natürlich irgendwie immer so bei meinen Videos. Ich bespreche das Ganze so oft, ja, und bin dann trotzdem noch total verballert, wenn ihr das dann später, das Endergebnis, wenn ihr das seht. Ja, na gut, egal. Weiter im Geschehen hier. Und zwar kleben wir auf diese Lasche, die wir kreiert haben, auch von dem grünen Briefumschlag, da kleben wir unseren DINER LANG-Briefumschlag drauf. Wie ihr den da jetzt drauf klebt, das ist vollkommen euch überlassen, ob ihr jetzt die Öffnung nach außen zeigen lasst oder nach innen oder, ne, das ist wirklich total Bums. Ich habe meinen jetzt nach innen zeigen lassen, aber, ja, ne, so. Und was ich da jetzt gerade tüftel ist, äh, ich möchte das Ganze natürlich auch irgendwie einigermaßen gerade machen und wir haben da ja diesen 1 Achtel Inch da gefalzt auf dem grünen Briefumschlag und jetzt lege ich mir den blauen Briefumschlag an die erste Falz, klappe das Ganze, dieses Läppchen da einmal zu, dann achte ich da drauf, dass das Ganze irgendwie oben und unten einigermaßen gleich aufeinander liegt, dann halte ich das mit meiner Hand fest, ja, ich drücke so fest ich kann, damit das nicht mehr verrutscht, bringe da Kleber an, klappe das Ganze runter und ich habe meine Seite. Ich habe mir jetzt hier schon mal Designpapier zurechtgeschnitten, denn wir können schon anfangen, unsere einzelnen Seiten zu bekleben. Die Größenangaben für die einzelnen Seiten, die schreibe ich euch unten in die Infobox, denn um ehrlich zu sein, ähm, erkenne ich auf meinem Schmierblatt hier gerade überhaupt nichts, äh, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie lang das ist, ja. So, was ich mache hier auf, gerade auf dieser speziellen Seite, ähm, ich habe da ja so ein Einschubfach für ein späteres Tag kreiert und, äh, damit ich das später auch vernünftig rein- und rausschieben kann, suche ich mir jetzt hier auf meinem Designpapier den Mittelpunkt und stanze hier so einen halben Kreis. Das ist, äh, nicht unbedingt notwendig, aber ich fand das irgendwie ganz praktisch für mich, weil ich nämlich, also ich schaffe das, mir alles später kaputt zu reißen. So, und dann bringe ich Kleber an. Und zwar, ähm, an den Rändern von diesem Designpapier und an diesem Dreiecksrand von meinem Briefumschlag. Und was ich, dann achte ich im Endeffekt nur darauf, dass ich, äh, das Designpapier mit dem oberen Rand des Briefumschlages bündig abschließen lasse und links und rechts ungefähr so den gleichen Abstand zum Rand habe. Ungefähr. So. Und dann ordentlich drücken, ordentlich rubbeln, damit das Ganze auch später gut hält. Und, äh, dann können wir uns auch schon unser doppelseitiges Klebeband zur Hand nehmen. Ich habe jetzt hier ein etwas stärkeres Sticky Tape, weil, äh, keine Ahnung, hatte ich halt gerade zur Hand. So, und dann bringe ich das an die äußeren Kanten an und zusätzlich einmal ein kleines Stückchen in der Mitte. So habe ich quasi zwei Einschubfächer kreiert für so kleine Minitecks. Also, dass die jetzt nicht so von links nach rechts rubbeln, sondern, ähm, dass ich da wirklich das Ganze separiert habe. Das ist nicht nötig, aber fand ich irgendwie lustig. So, und dann habe ich mir jetzt hier kein Designpapier für dieses kleine, was ist das, ein Inchstück gemacht. Denn, ich habe gedacht, du hast so viel Washi-Tape, machst du das Ganze doch einfach mal mit Washi. Ja, so, dann drehen wir uns das Ganze um. Oh, da ist der Frosch im Hals. Dann drehen wir uns das Ganze um und kleben unser nächstes Designpapier einfach auf dieses, äh, ja, was ist das da? Äh, Stück? Boah, schon nie. Stück. Ja, das klebe ich jetzt mittig da drauf und, äh, dann, also eigentlich beklebe ich jetzt einfach nur mein Mini-Album. Und, äh, keine Ahnung, was ich jetzt hier so viel rede. Ja, mein Gott. So, hier machen wir, ah, guck mal, da habe ich wieder gedacht, Janine, du Schlaubirne, machst du doch noch mal hier dieses kleine weiße Ding da rein, dann sieht man das besser. Ja, hat überhaupt nichts gebracht, aber ey, der Wille war da. So, auf jeden Fall mache ich jetzt hier das Gleiche mit diesem Halbkreisgestanze nochmal für die Innenseite auf dem, äh, blauen Briefumschlag. Äh, ja, auch hier bringe ich wieder den Kleber an diesen, äh, Dreieck von dem Briefumschlag an und an den äußeren Kanten von meinem Designpapier. Und dann suche ich den Mittelpunkt und drücke das ordentlich fest. So sieht das Ganze aus, wenn ich da später einen Tag reinschiebe. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel auch diesen Halbkreisgestanze, da könnt ihr das ein bisschen sehen. So, und jetzt auf dieser großen Fläche, die ich da gerade gezeigt habe, hier, da bringen wir erstmal unser Bindungselement an, bevor wir das Designpapier draufkleben. Unser Bindungselement ist 8,25 mal 2 Inch breit. Und, ähm, das Ganze falze ich jetzt einmal in der Mitte, damit das jetzt, äh, ordentlich Stabilität bekommt, denn ich möchte das Ganze ja, wie schon, glaube ich, habe ich das erwähnt? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte das Ganze mit der Cinge binden, ähm, das ist nämlich mein erster Cinge-Versuch. Und, ähm, ja, deswegen möchte ich das stabilisieren, weil ich nicht weiß, wie sich das Ganze so verhält. Also in der Mitte falten, ordentlich drüber rubbeln mit dem Falzbein, Kleber amdringen und zusammen wappeln. So, wenn wir das gemacht haben, dann bringe ich mein, äh, super, halt, stark klebendes Sticky Tape, das ist ungefähr einen halben Inch breit, auf meinem Bindungsstück an, auf, äh, der linken oder der rechten Seite ist eigentlich total egal. Ähm, und dann klebe ich das Ganze, Pi mal Daumen, ihr könnt das natürlich auch abmessen, auf die linke Seite von dieser XXL grünen Fläche. So, die, äh, Klebefläche ist, wie gerade gesagt, einen halben Inch breit. Und ich gucke jetzt nur, dass das Ganze, äh, oben und unten einigermaßen gleich vom Rand den Abstand hat. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. So, dann habe ich hier so Reststücke, das habe ich mir jetzt auch auf 8,5 getrimmt und, ähm, klebe das Ganze so an den Rand. Ja, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber hallo, da fehlt ja noch ein Stück, ne, die Seite ist ja gar nicht komplett beklebt. Richtig. Ich habe gedacht, auf das kleine Stück, da klebe ich jetzt gleich noch Washi-Tape, weil ich habe das ja auf der anderen Seite schon gemacht und ich muss auch immer so ein kleines bisschen Einheitlichkeit, ja, auch das brauche ich in meinen Mini-Alben. Also Washi-Tape und ne Bahn-Washi rankleben. Dran kleben. So. So sieht das Ganze aus. Ich finde das nämlich total cool, wenn man später so Fotos nimmt und dann hier so, ja, so ungefähr, das ist jetzt quasi mein imaginäres Foto, äh, wenn man das so da drauf klebt. Das finde ich einfach schön. Ihr könnt das Ganze natürlich auch komplett bekleben, das ist vollkommen euch überlassen. Und weiter geht's mit dem Cover. Ich brauche jetzt hier nur ein Front- und Rückcover. Hierfür habe ich mir einfach hier so ein bisschen, äh, Action-Pappe zurechtgeschnitten. Und ich habe endlich einen Verwendungszweck für dieses 12x12-Papier. Keine Ahnung, von wem das ist. Ich glaube, von meins Eye. Ähm, das habe ich mal aus diesem 12, äh, ne, 12 Kilo, 1 Kilo-Paket Designpapier von Dani Poiss. Und jetzt lege ich das Ganze eigentlich nur auf diesen Schriftzug, damit ich den auch wirklich auf meinem Cover habe, fahre da einmal mit einem Bleistift drum rum und klebe das Ganze, nachdem ich das ausgeschnitten habe, auf mein Cover. Wenn an den Rändern jetzt noch ein bisschen überstehen sollte, ist nicht schlimm. Können wir im Nachhinein noch wegschnibbeln. Hauptsache, ich schnibbel mir da jetzt gleich nichts von meinem Schriftzug weg. Ähm, ja, und dann, wie ihr da auf der linken Seite seht, habe ich noch so viele Reste, dass ich jetzt für meine Rückseite, ähm, einfach alles so ein bisschen hin und her schiebe und wieder so eine Art Collage mache, damit das Ganze einheitlich ist, weil ich habe sonst nichts Schwarzes mehr. Und dann klebe ich das Ganze einfach so fest, wie ich das halt gerade schön finde. Wenn alles klebt, dann schwärze ich mir hier noch ein bisschen die Ränder ein. Das könnt ihr mit einem Edding machen. Ich habe jetzt hier ein Make-up-Schwämmchen genommen und, äh, so schokobraunes Stempelkissen von Faltkarten. Ähm, das habe ich zweckentfremdet, weil ich nämlich noch kein Distress hatte. So, die Rückseite habe ich mir dann auch einfach mit, ähm, ganz normalem Designpapier beklebt. So, dann habe ich natürlich auch die restlichen Briefumschläge. Es sollten ja insgesamt fünf sein, ähm, wie heißt das hier, äh, präpariert. So, und dann können wir auch schon loslegen, und zwar mit dem Binden. Ich zeige euch das jetzt hier mit der Cinge nicht. Ich, wenn ihr keine Cinge zur Hand habt, das fand ich nämlich so ein bisschen blöd, weil nicht jeder hat eine Cinge. Und, äh, da geht mein Telefon, ist dieser Klingelton nicht total geil? Der heißt Strandpromenade. Eigentlich gehe ich auch nie ans Telefon, weil ich diesen Klingelton einfach so super finde. Na, ah, ah, ah. Ja, gut. Weiter im Geschehen, äh, und zwar mit der Bindung. Hierfür nehmt ihr euch einfach einen Locher oder eine Lochzange oder irgendwas Lochiges, was ihr halt so griffbereit habt, und, äh, locht in Abständen, die euch gefallen, einfach hier dieses Bindungselement, dieses schwarze Stück, was da übrig bleibt. Und, äh, das Ganze könnt ihr binden mit zum Beispiel Binderingen oder mit Bast, Band, alles, was ihr halt so zu Hause rumfliegen habt. Ich habe das bei meinem letzten Mini-Album, glaube ich, gemacht. Ich verlinke euch das Ganze nochmal unten in der Infobox, einfach damit ihr wisst, so, ne, alles klar. So, das ist mein gebundenes Exemplar. Ich habe die Cinge verwendet, ich kann es nicht erklären, wie ihr seht. Es ist auch voll in die Hose gegangen, also es sieht nicht schön aus, aber ey, ich bin trotzdem stolz wie Oskar, denn das ist mein allererstes mit meiner Cinge gebundenes Mini-Album. So, und als nächstes möchte ich mir noch meine Tag so ein bisschen verzieren und weil ich die Idee ganz cool fand, wollte ich euch das nicht vorenthalten. Was wir brauchen, Bread oder, wie heißt das hier, Musa-Klammern. So, dann habe ich mir noch so ein paar Blümchen ausgestanzt und jetzt brauche ich noch Kleber, denn ich klebe mir diese einzelnen Blümchen-Elemente übereinander, so lange, bis ich denke, alles klar, jetzt habe ich genug geschichtet. Dann nehme ich mir eine Lochzange zur Hand und loche das Ganze einmal mittig und da wird erstmal der Bread durchgesteckt. Als nächstes nehme ich mir meinen Tag zur Hand und suche hier, also erstmal schiebe ich den da so rein, wie der später auch sitzen soll. Also nicht, dass der so wieder gerade, also der Abstand sollte gleich sein. So, und dann nehme ich mir auch hier meine Lochzange und punche in der Mitte von diesem Kreis ein Loch und da stecke ich dann, da lege ich die Blume drauf, stecke den Bread durch und dann habe ich quasi ein Blumenausziehtab. Das ist mein fertig dekoriertes Mini-Album. Ich habe hier nicht viel gemacht, ach so, ja, ich habe auch übrigens schon Fotos reingeklebt, weil ich habe vergessen, das Ganze abzufilmen, bevor die Fotos drin waren. Egal, müsst ihr jetzt durch. Ich habe immer nur auf der einen Seite, also bei den großen Tags, das mit den Blümchen gemacht, auf den anderen habe ich einfach nur so ein paar Blümchen drangeklebt und zwar ohne Bread, weil das Ganze so dick wird, dass man das irgendwie nicht mehr vernünftig zukriegt. Das ist übrigens mein Hund, der meint, der müsste jetzt langsam sagen, hallo, ich muss mal pullern, ist vollkommen in Ordnung, aber ich mache jetzt die Trotze noch schnell weiter. Und zwar habe ich das Ganze, wie gesagt, einfach nur dekoriert. Ich habe da links, wie heißt das, oh Gott, guck mal, da hatte ich Firmung, oh mein Gott, ja, da musste ich oben unbedingt da, oh, ich war so ein Streber, unglaublich. Ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil ich die ganze Zeit auf die Fotos gucken muss, oh Scheiß. Ja, guck mal da, also ich habe hier auch mit Büroklammern irgendwie was an der Seite gemacht und guck mal da, die Zahnspangen Janine, ja, herzlichen Glückwunsch. Naja, ich habe hier noch so kleine Tags gefunden, die habe ich auf die linke Seite geklatscht und, ähm, ja, komm, egal, das war meine Deko. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich mal ein Video über die Cinge mache, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht so etwas mache, wie Janine erklärt, Pünktchen, 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 die Cinge, die Crocodile, die ATG Gun, die Big Shot, keine Ahnung. Wenn ihr auf so eine Reihe Bock habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da unten mal ganz kurz ein kleines Kommentar hinterlasst, äh, weil ich, äh, dreh sowas nicht ab und dann guckt sich's keiner an. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!